Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Railroads Online. In der letzten Episode haben wir ja bei dem Güterbahnhof angefangen, auf einer Seite. Und ich dachte, wir bringen jetzt mal diesen Güterzug, wo wir hier diese Kohle eingeladen haben, dann einmal zu dem neuen Güterbahnhof runter und schauen, ob die Gleisabstände zu diesem Güterumschlagplatz passen. Die Lok ist soweit vorbereitet und ich würde sagen, wir fahren mal los. Und dann hoffe ich mal, dass das passt mit dem Abstand. Sehr drehe, Abfahrt. Bitte kommen alles mit, das wäre super. Bremsen müssten gelöst sein. Oh, jetzt höre ich auch zum ersten Mal das neue Dampfgeräusch von der Lok. Das klingt ja mal richtig schön. Wesentlich besser als der alte Sound. Mal kurz die Pfeife ausprobieren. Das ist aber, glaube ich, noch ein bisschen gemischt mit dem alten, kann das sein. Aber trotzdem, wirklich schöner Sound. Ach, wir sind halt immer noch zu groß für diese Lok. Lok fährt mal. Und ich bin erstaunt, dass vorne der Link mit der Stange gehalten hat, obwohl ich es geladen habe. Ist ja doch gerne mal dafür anfällig, dass es hier einfach mal nicht verbunden ist. Sehr geil. Gefällt mir. Ja, und zwischen der letzten Episode und dieser Episode habe ich auch noch ein bisschen gebaut. Und auch das bin ich ziemlich stolz. Wenn das Ergebnis geworden ist, das werden wir dann gleich sehen. Das ist nämlich ebenfalls mein neuen Güterbahnhof. Ich hoffe, dass wir euch gefallen. So, heiße Phase. Ich glaube, ich werde mit der Mietung da auf das Hauptgleis werden hier. Ob man zu den anderen Industrien will. Sehr gut. Gut. Okay. Wir werden jetzt mal ein bisschen langsamer. Ich weiß nicht, dass wir hier gleich noch einen Unfall haben. Oh, das sieht sehr gut aus. Kommen wir hier mal ganz komplett rein. Okay. So, bitte einmal anhalten. Hey, das ist ja perfekt hier mit der Clearance. So muss das Ganze doch sein. Sehr geil. Cool. Ein Moment. Ich muss mal ganz kurz was abschalten. Ich hoffe, man hat das nicht allzu sehr im Hintergrund gehört. Aber hey, das ist perfekt. Jetzt muss ich das nur noch auf der anderen Seite genauso perfekt hinkriegen. Ich muss mal schauen, mit welchem Trick ich da arbeiten werde. Damit ich das entsprechend auf dem hier genauso hinbekomme. Aber ich habe schon so eine Idee, wie wir das machen können. Ich habe ja den Lockschuppen erwähnt, den ich gern noch bauen möchte. Und den habe ich auch fertig gebaut. Ich habe das nicht aufgenommen. Das hat knapp zweieinhalb Stunden gedauert. Und ich habe mit viel Trial und Error den hingekriegt. Und ich hoffe, der gefällt euch. Aber das ist, glaube ich, der geilste Lockschuppen, den ich jemals gebaut habe. Und ich würde sagen, ich zeige euch den mal. Da ist er. Das ist doch mal ein Lockschuppen, oder? Das ist doch der Wahnsinn. Da haben wir doch mal ein bisschen Platz für ein, zwei Lokomotiven. Und das Besondere an diesem Lockschuppen ist, er ist absolut symmetrisch. Die stehen alle genau gleich, diese Gebäude. Sie tun sich da ein bisschen überschneiden. Das ist aber okay. Der Abstand zwischen da und da sind 11,1 Meter. Wenn ich das mit 13 oder 15 Meter gemacht habe, dann hätte da keine Überschneidung drin. Dann wäre aber hier so ein kleiner Gap. Und ich wollte aber das wie so ein großer Ringlockschuppen haben. Also tun die Gebäude sich da ein bisschen anknutschen da an der Ecke. Aber ich denke, das ist vertretbar. Aber wenn jetzt der hier dann voll ist und die Locks dann hier stehen, dann dürfte es richtig gut aussehen. Was ich jetzt hier noch nicht gemacht habe, ist, hier den Boden mit dem Ballast hier füllen. Also die schweben hier noch. Und das hier dazwischen drin möchte ich dann ebenfalls noch füllen, dass das hier irgendwie alles eine Ebene ist. Wie sieht das Ganze aus von innen? Also man hat hier in den Ecken immer diese kleinen Überschneidungen. Also es ist nicht wirklich auffallend, auch wenn die Tore hier offen sind. Na? Gehst du jetzt auf? Wieso gehst du nicht auf? So. Machen wir das gerade mal von zweien auf. So. Dann passt es eigentlich auch recht gut mit den Türen. Also gerade die zwei. Ja, sie gehen ein bisschen ineinander rein, aber... Es ist schon in Ordnung. Und die da auf der Seite, die würden sich dann auch wieder knutschen. Da müsste jetzt hier so zusammen gehen. Ja. Ist okay. Würde ich jetzt mal sagen. Also. Da gerne Feedback rein, wie ihr das findet. Ich muss sagen, die ganze Idee ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen, dass es so gut aussieht. Ich habe tatsächlich einen Guide aus dem Steam Workshop genutzt. Oder zumindest Teile davon. Denn der ganze Guide hat bei mir nicht so funktioniert, wie er das beschrieben hat. Aber ich zeige euch, bzw. ich verlinke den in der Wiederbeschreibung, diesen Guide, wie man das hier symmetrisch baut. Ich werde das Ganze hantiert nochmal bauen, aber nicht ganz in der großen Weile, wie hier. Und schaue dann mal, ob ich das irgendwie vereinfacht hinkriege. Und dann zeige ich euch, bzw. sage ich euch, wie ihr das ebenfalls so schön hinkriegt. Aber der Guide an sich funktioniert. Aber es ist halt mühsam. Also rechnet damit, dass wenn ihr das so bauen möchtet, dass ihr sicherlich immer so zwei bis drei Stunden dran seid. Denn, also ich habe mehrere Anläufe gebraucht, dass das so funktioniert hat. Denn, basically, macht man sich hier wie so ein Grid raus. Und dann muss man mit Abständen arbeiten und beziehungsweise ausrechnen. Und dann mit Augenmaß da die Einstellungen prüfen. Und schauen, dass das auch wirklich passt. Und wenn man dann kleine Fehler drin hat, dann zieht sich das durch das ganze Grid durch. Und dann sieht es scheiße aus. Und den Fehler habe ich halt eben mal gehabt, dass ich nicht ganz genau gearbeitet habe. Und dann erst beim zweiten Mal hat es dann funktioniert. Aber ich bin wirklich sehr zufrieden, wie das aussieht. Ich würde sagen, wir werden hier mal die Kohlewagen da so stehen lassen. Da gehen sie jetzt eh erstmal nicht im Weg um. Und werden die Lok erstmal in den Schuppen reinbringen. Ein kleines Fotoshooting. So. Gleise sind ja da. Ich fahre mal nach hinten. Und ich hatte ja noch die Idee, dass ich da vielleicht noch so ein kleines Depot beim Sägewerk mache. Ich glaube, wir werden das Depot da vielleicht weglassen. Oder vielleicht nur so ein kleines Häuschen irgendwie hinstellen. Mit einer einzigen Drehscheibe. Denn dieser Ring-Lok-Schuppen ist einfach gigantisch. Und dann sagt man halt, okay, alle Loks sind immer hier im Hauptdepot. Nachher werden dann Multiplayer starten. Die Spieler, gerade wenn sie neu dazukommen, starten ja dann hier. Können sich dann hier die Lok aussuchen. Holen sich dann hier die Wagen, wenn sie dann hier immer alle dastehen. Und fahren dann ihre Aufträge. Und fahren dann ihre Aufträge. So ungefähr die Idee, also wie wenn die auf der Karte irgendwo verteilt sind. Was aber vielleicht noch Sinn machen würde, ist, dass wenn wir hier noch der zweite Drehscheibe irgendwo platzieren, dass man nicht jedes Mal in den Lok-Schuppen rein muss. Das ist echt ein geiler Sound. Mal schauen, vielleicht irgendwie da vorne bei der Hauptstrecke oder auf der anderen Seite. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wenn wir es machen. Okay, bitte die Weiche einmal umlegen. Dankeschön. Und einmal Red Tour. Ich hoffe, die Weichen passen. Ich habe es jetzt gar nicht geprüft. Ja, wobei auf Railroads auch nicht extended, was ich auf dem zweiten Monitor offen habe, sieht das gar nicht so schlecht aus. So, und jetzt hier aber nicht so schnell reinfahren, denn man kann hier nicht durchfahren. Das passt von der Orientierung her nicht. Äh, was? Oh. Es wird fast in der Tragöne geendet. Gott sei Dank bist du da jetzt abgesprungen. Ah, ein bisschen noch. Ein Stück noch. So, jetzt aber. So, lauf auf die Drehscheibe. Ich weiß gar nicht, wann man die alte Drehscheibe noch irgendwo nutzen könnte. Beziehungsweise, haben die bei der alten Drehscheibe die Snapping-Funktion auch mit hinzugefügt? Das war's, das probiere ich jetzt mal ganz kurz. Drehscheibe 1. Keine Ahnung. Ähm. Irgendwie hier so. Ah, Tatsache. Snappen geht. Aber die, wenn man die so platziert, sieht ein paar Scheiße aus. Da müsste es eigentlich auch mal runtergehen. Ein bisschen in den Boden rein, aber ja, gut. Das habe ich ja schon x-tausend Mal gesagt, dass das schön wäre. Ähm. Wozu? Andererseits. Soll ich mal ein Fotoshooting mit dir machen? Ja, machen wir irgendwie so mal. Foto. F12. Das geht, George. Dankeschön. Wo stellen wir dich jetzt rein? Ich würde sagen, E-Karte hier rein. Dann müssen wir da nicht allzu viel drehen. Ah, ein kleines Stückchen noch. Perfekt. So, alles offen. Bereit. Und reinfahren. Ich würde sie ja gerne so ein bisschen draußen stehen lassen. Da habe ich ja gerade ein bisschen Angst, dass wir nicht dann speichern. Und wieder lade, dass dann die Türen zu sind. Okay. Also eben, dass sie zum Beispiel so draußen steht. Ah, das wird schon geil aussehen. Da hätte ich gerne nochmal ein Foto. Hm, soll ich das mal kurz ausprobieren, um zu schauen, was passiert, wenn ich speichern wieder lade, ob hier dann alles zu ist? Also rein zur Neugierde. Werde ich das mal ganz kurz machen. Ich werde mal kurz speichern und das Spiel neu laden. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also, bis gleich. Ja, das Spiel ist wieder geladen und findet den Fehler. Das mit den Türen hat leider nicht geklappt. Die gehen alle zu. Also bleibt die Lok hier nicht draußen stehen, sondern fahre mal hier ganz rein. Schön wäre das aber gewesen. Also, einmal reinfahren. Dann ist sie verstaut. Okay, ich glaube, das reicht. So, Handbremse anziehen. Bisschen Luft nach hinten hätte es noch. Aber das passt. Okay, nächstes Projekt, beziehungsweise das Projekt, das wir hier fertig machen, ist, den richtigen Gleisabstand zu der anderen Seite zu finden. Und jetzt habe ich schon da einen Fehler drin. Jetzt stehen halt die Wagen hier drin. Jetzt kann ich hier kein Gleis rausnehmen. Dann gehen wir halt einfach auf die andere Seite. Da müsste ja... Ach, shit. Das ist jetzt aber echt ein Problem. Ähm... Andererseits... Das ist ja immer dieser Weichenabstand hier. Das ist... Der sieht man gleich. Ich probiere mal was. Wenn ich jetzt hier mit Weichen arbeite, die Weiche rechts... Und dann die Weiche umdrehe. Kann es sein, dass ich jetzt hier nicht ganz... gerade bin? Ähm... Ne, diese Rechnung, die ich jetzt gerade machen wollte, die geht jetzt gerade nicht auf. Oder müsste es dann Weiche links sein? Weiche links... Hä? Moment. Ne, stimmt ja. Das ging ja von den Weichen da hinten aus. Ah, nö. Ich habe einen Denkfehler. Okay, da machen wir es anders. Ich probiere erstmal die Methode da. Schauen wir, wie das mit dem Abstand wäre. Eins braucht es noch. Oder noch eins. Ah, ich glaube, das sehe ich so schon. Das wird nicht passen. Das ist einfach... zu weit. Dann probiere ich was anderes. Dann machen wir das nochmal mit den Weichen. Ähm... Weiche... Ah, Moment. Weiche links. Und dann Weiche rechts. Nee, das geht sich gerade nicht aus. Das ist, wenn ich das ganze eins weitermache. Halt. Weiche links. Und dann Weiche rechts. Nö, das geht nicht. Okay, da passt es auch nicht. Und es dürfte auch keinen Unterschied machen, wenn ich das jetzt mehrmals mache. Ah, shit. Ich würde probieren. Geht lieber statieren. Weiche rechts. Weiche links. Und wenn ich dann nochmal rüberfahren würde. Ah, das werde ich jetzt aber hier nicht... Ach, Mann, Spiegel. Ah, das ist so... Das kann ich nicht bauen, weil ich einfach viel zu nah dran bin. So, wie kriege ich jetzt dort den idealen Abstand hin? Gut, wir könnten das aber auch umgekehrt machen. Indem wir hier mit den Weichen weiterfahren. Also, es wäre dann einmal... Weiche rechts, oder? Weiche rechts. Oh, nein, das Mini wollte ich auch nicht. Ich habe im Kopf da jetzt eine ganz komische Logik. Das macht gar nicht Sinn, dass ich dir jetzt erkläre, was ich da gerade versuche zu machen. Also, weiche rechts. Abstand. 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 Ähm... Sind wir da schon da? Nee. Brauchen wir das nochmal? Weiche rechts. Weiche rechts. Okay, wir machen jetzt hier mal ein X hin. Und dann schauen wir mal, wo uns das hinführen würde. Ah, jetzt kann ich wieder nicht schnell laufen. Einen Moment. Ich gebe mir das mal schnell in Extended. Ach, natürlich. Der hat sich jetzt wieder gecrasht, weil ich das Spiel einfach neu geladen habe. Dann machen wir das halt ohne dem. Wie ist da jetzt... Oh, ist das der perfekte Abstand? Bitte, 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 bitte. Oh, yes. Yes, 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 yes. Das hat funktioniert. Cool. Dann machen wir hier mal das X hin. Und dann kann ich hier den ganzen Mist wieder löschen. Dann hat das funktioniert. Dann ist das jetzt immer der gleiche Abstand daraus. Boah. Ähm, sauberkeitshalber tun wir das wieder hier verbinden. Und den ganzen Schmarrn kann ich jetzt wieder wegbauen. Geil. Dann habe ich auf der anderen Seite jetzt auch den perfekten Abstand. Was ist das Schlimm, wenn man so langsam geht? Blaue eine Sprintfunktion. Und das Schöne ist, auf der anderen Seite ist natürlich das Gleis jetzt genau gleich hoch wie hier die anderen. Nice. Nice, 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 nice. Challenge wird dann sein, das Ganze auf der anderen Seite alles wieder irgendwie schön zusammenzukriegen. Und wir könnten eigentlich eine Drehscheibe hier reinsetzen in die Mitte. Natürlich noch geil gewesen, hätte man hier eine Connection gehabt. Von da bis zu was. Diese Abstellung könnte man eigentlich komplett knicken. Und machen dafür hier eine Verbindung zu einer Drehscheibe. Und die gleiche Verbindung von dem Gleis aus auf diese Drehscheibe hin. Weil dann kann man hier noch wechseln. Aber macht es Sinn, dass wir das von diesem Gleis aus haben und wir hier die Entladung machen? Hm. Ganz so blöd wäre die Idee, glaube ich, nicht. Aber dann hätte ich jetzt gern das absolut symmetrisch. Aber das Blöde ist, da stehen halt jetzt die Wagen hier drauf. Diese Wagen müssen weg. Damit ich das hier gleich habe wie auf der anderen Seite. Aber ich meine, ganz symmetrisch wäre das eh nicht hinkriegen, weil ich hier den Abstand nicht habe. Aber es sieht zumindest so aus, als würde es gerade passen. Wenn man sieht, man sagt, weiche rechts. Naja, es passt nicht ganz. Aber so blöd sieht es jetzt gar nicht aus. Ich probiere das jetzt mal. Und dann mit dem Gleis so gerade reinfahren. Auf der anderen Seite muss das natürlich aufpassen. Das heißt, die Weiche müsste ich jetzt mal hier löschen. Das müsste eigentlich gehen. Ohne dass die Wagen wegspringen. Okay, und wenn ich jetzt hier geradeaus weiterfahre. Dann müssten sich die Gleise ja irgendwo hier mal treffen. Wo wir dann die Drehscheibe hin platzieren könnten. Na ja, sie kommt zusammen. Das werden wir hier abreißen. Ach komm, du alles bitte entfernen. Dankeschön. Ich dachte schon, hä, warum ist jetzt hier noch eine Weiche da? Hier noch ein bisschen hinfahren. Jetzt ist so ein bisschen ein Error. Gleisbau, Turntable. Wir dürfen da natürlich mit da hinten nicht knutschen. Und jetzt? Mal schauen. Ach, das geht sich da mit dem Wink. Wir müssen noch ein bisschen weiter nach hinten. Okay, löschen. Ah, löscht das. Okay, da haben wir noch ganz gut Luft. Würde das gehen, äh, gegen den Uhrzeigersinn? Äh, nicht so schnell. Warum bist du einfach nicht so schnell? Hör auf damit. Ruf. Zurück. Bestimmt wegen dem Baum, den ich jetzt hier nicht abgefällt habe. Alter. So, jetzt reicht's. Weg mit dir. Ich glaub, so oder so geht sich das mit dem Winkel eh nicht ganz aus. Ja, gut, ist egal. Dann werden wir das Uhrzeigersinn mal ein bisschen so drehen. Und dann werden wir das hier anpassen. Dann ist das halt nicht komplett gerade. So, bitte einmal snappen. Schauen, wie blöd das dann aussieht. Ja, das sieht schon ein bisschen dämlich aus. Was ist, wenn wir dich noch ein bisschen drehen? Hm, wird das besser, wenn ich dich noch ein bisschen eindrehe? Ah, wir werden es nochmal ein bisschen drehen. Oh, und jetzt wird er nicht snappen. Ah, doch, jetzt hier. So. Ach, dieser Schlenker ist mega beschissen. Nochmal eindrehen. Hallo, snappen, bitte. Ach, dankeschön. Ja. Doch, langsam wird's. Warte mal, ihr müsst das hier mal weggehen. Vielleicht noch ein ganz klein wenig ein drin. Ein ganz klein wenig. Ah. Spiel. So, ganz klein wenig. Und natürlich, hallo an die Eisenbahn-Karze. Ja, ich denke mal, damit kann ich jetzt leben. Dann machen wir jetzt hier noch die Gleisverbindung auf der anderen Seite. Das ist für den Fall, dass man drüber schießt. Die hätte ich gerne alle gleich lang. Die machen wir mal. 12 Meter. 12 Meter plus Puffer wären das dann. Fuck. Jetzt hat er sich ver... Wieso hast du dich jetzt da verstellt? Okay, so passt's. Macht eigentlich ein bisschen mehr Sinn, wenn ich das von dem anderen Gleis ausmache zuerst, ne? Noch einmal 10 Meter plus den Puffer, dann bitte auf das Gleis. Ja, fair enough. Ja, so 10 Meter mit Puffer. Hallo. Ne, mach jetzt. Ja, wobei. Das könnte jetzt ein bisschen knapp werden. Ah, wobei. Ja, doch. Das geht sich aus. Okay. Dann machen wir zuerst das Fundament. Also den Brandarm hier. Irgendwie so, dass das halbwegs passt. So, das müsste reichen. Naja. Das reicht schon. Und dann auch einmal ausrichten hier. Jetzt ist der perfekt und der nicht. Ach, das kann ich so nicht stehen lassen. Okay. Ziehen wir das noch ein bisschen weiter. Brandarm. So, wie die schaut gut aus. Naja, nicht ganz mittig, aber es ist jetzt hier abschließend. Das gefällt mir. Söderle. Blick mit den Bäumen da. Dann kommt man hier theoretisch schnell auf die andere Seite. Und beide Seiten haben wir jetzt eine Drehscheibe. Ja. Warum auch nicht. Doppelt hält besser. Ich habe eine dritte Brache nämlich. Allerhöchstens. Auf der anderen Seite. Mal schauen, wie der Plan so aussieht. Aber geil. Jetzt haben wir hier den perfekten Abstand. Können wir nach hinten durchziehen. So. Okay. Nachdem wir jetzt schon de facto zwei Bauepisoden haben, würde ich sagen, werde ich erstmal hier die ganze Gleisanlage bauen. Und ich erspare euch das, dass ihr das im Video seht. Also ich mache dann eigentlich das gleiche wie auf der anderen Seite. Da wird ein paar mehr Gleisen und hinten den Anschluss. Und da zeige ich euch dann in der nächsten Episode, wie das fertig aussieht. Und dann glaube ich, sollte man mal wieder mit den Lokis rumfahren erstmal. Da ist erstmal genug gebaut. Da braucht man ein bisschen Abwechslung. Einmal ein bisschen Lok fahren und einmal wieder bauen. Beziehungsweise ich muss mal die ganzen Züge und Loks mal hierher bringen. Und die anderen Wagen. Aber das können wir ja dann in der nächsten Episode machen. Und mal schauen, was wir als nächstes so tun. Als Auftrag. Ja. Das erstmal als Hauptprojekt dieser Lokschuppen. Und ja, doch. Ich glaube, das ist jetzt das Schönste, was jetzt hier auf der ganzen Karte rumsteht. Den muss ich ja noch ein bisschen Schwimmbau betreiben hier eben. Aber das sind so Kleinigkeiten. Also. Bis dann. Ich wünsche euch Spaß. Und bleibt gesund. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.